Der YouTuber Nicocado Avocado, der durch seine Muckbang-Videos ziemlich bekannt geworden ist in der veganen Szene und darüber hinaus, hat in den letzten Wochen eine Reihe von ziemlich emotionalen Videos hochgeladen, hat es damit sogar in die Daily Mail geschafft, in denen er grob gesagt gesagt hat, dass er von seinen Jahren als veganer Mangelerscheinungen bekommen hat und er nicht mehr in diesem Gedankengefängnis sein möchte, weil er nicht mehr davon überzeugt ist, dass die ethische Überzeugungen vermeintliche reale biologische Bedürfnisse des menschlichen Körpers überschreiben können oder wichtiger sein als das. Einige YouTuber haben da bereits Response-Videos zu veröffentlicht, einige etwas gehaltvoller und netter als andere, denn ihr wisst, dass ich kein Fan davon bin, Menschen zu beschuldigen, weil ich nicht glaube, dass man damit irgendwas erreicht und weil ich einfach glaube, dass das eine asoziale Art ist, mit Menschen umzugehen. Was ich aber in der Diskussion vermisse, ist der Fokus darauf, dass man aus diesem Verhalten von Nicocado Avocado auch Schlussfolgerungen ziehen kann, nämlich zum Beispiel, dass es wichtig ist, richtige Ernährungsinformationen zu propagieren. Nicocado war eine sehr, sehr, sehr lange Zeit Rohköstler und ist dann mehr oder weniger zu Whole Foods Plant Based gewechselt und jetzt zu, erst zu, ja, Hauptsache vegan und jetzt dann zu, ich esse auch Sardinen und Eier und, ja, da sieht man halt, dass er angefangen hat mit einer Ernährung, die sehr, sehr, sehr restriktiv war. Eine Rohkosternährung ist die, das ist die Definition einer restriktiven Ernährung und einer Ernährung, die nicht auf wissenschaftlichen Tatsachen basiert. Es gibt keine gute wissenschaftliche Begründung dafür, dass der menschliche Körper darauf ausgelegt sein soll, irgendwie nur auf Rohkost gut zu funktionieren und auch bei Whole Foods Plant Based kann man eine Menge falsch machen, zumal Nicocado insofern recht hat, als dass sich die Plant Based Doctors, also Dr. McDougal, Dr. Furman und so, in bestimmten Teilen alle widersprechen und alle eine komplett unterschiedliche Meinung haben, so Thema Nüsse zum Beispiel. Und Unnatural Vegan hat dann ja rausgepickt, dass man zwar auch auf Ärzte hören könnte, aber am wichtigsten ist es vielleicht, sich Registered Dietitians rauszuholen, also quasi Ernährungsberater, die einen Plan von Veganismus haben. Ich sehe das halt nicht so wie Unnatural Vegan, die halt sagt, der McDougal ist ein Quacksalber, da der Meinung bin ich nicht. Ich bin der Meinung, er hat immer noch das am einfachsten zu folgende Programm, auch wenn ich einige seiner Äußerungen zum Thema, so, man kann nur Süßkartoffeln und Brokkoli essen und erhält dadurch alle Nährstoffe, so, nein. Die finde ich halt komisch, aber sie trifft damit trotzdem ins Schwarze, indem sie halt sagt, guck, wo du dir da eine Information zum Thema Veganismus herholst. Guck, dass die Informationen wirklich aus einer zuverlässigen Quelle kommen, die von Leuten, die wirklich Ahnung von dem haben, was sie sagen. Und das ist zum Beispiel nicht so eine Quelle wie Brigitte Rondholz oder andere Rohkost-Gurus, zumindest die meisten anderen Rohkost-Gurus. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist einer, der mich in diesen ganzen Videos von Nick so ein bisschen gestört hat, und zwar, dass er halt sagt, er glaubt, Mangelerscheinungen zu haben, er glaubt, einen Mangel an bestimmten Nährstoffen zu haben, und diese Dose Sardinen enthält vermeintlich alle Nährstoffe, die man bei einer veganen Ernährung nicht bekommt und deshalb wird er die jetzt essen, so ganz grob gesagt. Und ich finde das komisch. Mein erster Gedanke, wenn ich eine vermeintliche Mangelerscheinung habe, oder wenn ich merke, irgendwie, ich fühle mich nicht gut, es könnte eine Mangelerscheinung sein, mein erster Gedanke ist dann nicht, ich gehe jetzt zu McDonalds und esse einen Cheeseburger oder ich gehe in den Supermarkt und hole mir eine Dose Sardinen, sondern der erste Gedanke sollte doch sein, das Blut testen zu lassen, ob man wirklich einen Mangel an bestimmten Nährstoffen hat. Und es gibt auch bei den Nährstoffen, die er meint, zumindest bei denen, bei denen er richtig liegt, dass sie wirklich tatsächlich essentiell für den menschlichen Körper sind, gibt es auch vegane Quellen. Er sagt dann sowas wie, ja, wo kriegst du denn Albumin her, aber Albumin ist ein Stoff, der vom menschlichen Körper selber gebildet werden kann und man ihn deshalb nicht konsumieren muss. Albumin ist nicht essentiell. Das ist kein Grund, um Eier zu essen. Und das ist wieder der Punkt, den ich gerade gemeint habe, guck, wo du deine Informationen her bekommst. Guck, dass das wirklich alles wissenschaftlich verifiziert ist und dass das nicht einfach irgendwas ist, um dir irgendwelche Pillen zu verkaufen, um dir irgendeine spezielle Ernährungsform aufzudrängen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und das finde ich eben, das vermisse ich in dem Video von Nekocado Avocado. Denn auch wenn ich verstehen kann, dass Veganismus einen gedanklich unter Druck setzen kann und einen möglicherweise in einer Form von Gedankengefängnis sperren kann und die vegane YouTube-Community, zumindest die englischsprachige, mit sehr, sehr viel Hass und Unverständnis und unmenschlichem Zorn auf vermeintlich Abtrünnige reagiert, denke ich doch, dass es einen anderen Weg gibt. Nämlich den Weg, rational und vernunftbegabt zu sein und sowohl die positiven Vorteile einer veganen Ernährung als auch die Nachteile einer veganen Ernährung für bestimmte Bevölkerungsgruppen anzusprechen. Und der wissenschaftliche Konsens, zum Beispiel ausgedrückt durch die American Dietetic Association, also die größte Vereinigung von Ernährungsberatern weltweit, die ist immer noch der Meinung, dass eine vegane Ernährung für alle Phasen des Lebens akzeptabel ist, ausreichend ist, den Nährstoffbedarf decken kann. Vorausgesetzt, sie ist gut geplant. Und ich sehe das halt in dem Fall von Nekocado Avocado nicht. Und das ist auch etwas, was zum Beispiel Brianna Jackfruits ja unterstrichen hat, ist, dass, wenn man sich durch seine Mukbang-Scrolls ist, sind das Avocado-Challenges mit unfassbar vielen Avocados. Dann sind das so Sachen wie frittiertes dies, frittiertes das und seine hauptsächliche Ernährung scheint eigentlich aus Öl, Soja und Gluten zu bestehen. Und auch wenn es möglicherweise nicht falsch ist, so etwas mal zu essen, habe ich mich bei den Videos auch gefragt, ob es nicht daran liegen könnte, dass er sich so scheiße fühlt, wenn er halt in eigentlich jedem Mukbang immer nur die gleichen Sachen isst. Und dann sagt er zwar, ja, aber so isst er ja nicht die ganze Zeit, aber er lädt ja halt fast jeden Tag ein so ein Mukbang-Video hoch. Das heißt, er isst sowas wahrscheinlich durchschnittlich schon jeden Tag. Und das sind Riesenportionen. Ich würde mich da, glaube ich, auch etwas komisch fühlen, wenn ich mich so ernähren würde. Was halt wieder auf den ersten Punkt zutrifft, vegan funktioniert. Eine vegane Ernährung funktioniert, solange sie gut geplant ist und solange sie auf wissenschaftlichen Tatsachen basiert und solange sie nicht auf Unsinn basiert. Und ja, ich finde es schade. Ich finde es schade, weil es solche, ja, fehlgeschlagenen Veganer wie Nico Cardo nicht geben muss. Aber es muss auch dementsprechend nicht die Reaktionen auf YouTube darauf geben, dass er irgendwie als Mörder beschimpft wird und sowas. Weil ich habe da ja auch Videos drüber gemacht und gesagt, was bringt sowas? Was bringt sowas, Leute als Mörder zu beschimpfen? Und nein, ich glaube nicht, dass Veganismus die Moral Baseline ist. Dass man, äh, dass jemand ein guter Mensch ist, wenn er vegan ist und wenn er total viel karitative Arbeit leistet, aber nicht vegan ist, dass er ein schlechter Mensch ist. Das ist ein sehr, ein sehr, sehr komisches Konzept von Gut und Böse, finde ich. Von daher, ähm, ja, das war ein sehr konfuses Response-Video. Ich entschuldige mich dafür, aber ihr glaubt, ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Nämlich eine vernünftige vegane Ernährung, die auf wissenschaftlichen Tatsachen basiert. Wenn man einen Mangel hat, bitte, bitte geht zum Arzt und lasst euer Blut untersuchen und versucht nicht selber an euch rumzudoktoren. Ähm, ich bin wirklich einer der veganen YouTuber, die sagt, wenn was mit euch falsch ist, geht zu einem Arzt, Leute. Ihr müsst nicht alles glauben, was ein Arzt sagt, aber holt euch eine andere Meinung ein. Und wenn Leute nicht mehr vegan sein wollen oder wenn sie Probleme mit dem Veganismus haben, dann ist es vielleicht besser, freundlich zu sein, als die Leute niederzumachen und Nico Cardo damit eigentlich in seiner Meinung noch weiter zu bestärken, das bekräftigen, dass Veganisten... Es ist lustig, wie ich niederländische Worte in deutsche Sätze einbaue. Ist euch das aufgefallen? Wie Veganer... Ähm... ... ... ... ...